Ich möchte dir ein paar Tricks nennen, um schneller einzuschlafen. 1. Solltest du eine feste Schlafroutine etablieren. Wenn du zu denselben Zeiten ins Bett gehst und aufstehst, wird dein Körper sich daran gewöhnen und es wird einfacher für dich einzuschlafen. 2. Solltest du darauf achten, dass dein Schlafzimmer eine angenehme Temperatur und eine dunkle, ruhige Atmosphäre hat. Vermeide es, kurz vor dem Schlafengehen noch Stimulantien wie Koffein oder Zigaretten zu konsumieren. 3. Es kann helfen, entspannte Aktivitäten wie Yoga oder progressive Muskelentspannung vor dem Schlafengehen durchzuführen. 4. Es kann hilfreich sein, sich eine feste Winddown-Routine vor dem Schlafengehen zu setzen, zum Beispiel indem du ein Buch liest oder ein warmes Bad nimmst. Schließlich solltest du vermeiden, zu lange im Bett liegen, wenn du nicht einschlafen kannst. Stehe stattdessen auf und mache eine entspannte Aktivität, bis du müde wirst. Mit diesen Tricks im Hinterkopf solltest du in der Lage sein, schneller einzuschlafen und eine erholsame Nachtruhe zu haben. Es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst und entspannt bist, bevor du ins Bett gehst und einen tiefen, erholsamen Schlaf zu haben. Probiere aus, was für dich am besten funktioniert und vergiss nicht, es ist okay, wenn du manchmal länger brauchst, um einzuschlafen. Wichtig ist, dass du genügend Schlaf bekommst und dich am nächsten Tag fit und ausgeruht fühlst. Bro, was mache ich, wenn die Kopfs mich anhalten? Ja, allgemeine Ausweiskontrolle der...